Kann ein Unternehmen bei Arbeitsausfällen wegen des Coronavirus Kurzarbeitergeld bekommen? Ein Punkt vorab. Das Thema Kurzarbeitergeld wird jetzt mit Sicherheit von Seiten der Bundesregierung nochmal angefasst und insofern haben wir hier eine dynamische Entwicklung. Was ich jetzt schildere, ist also der aktuelle Stand. Das Kurzarbeitergeld ist relativ komplex, ich habe mir deswegen ein paar Notizen mitgebracht. Deswegen senkt sich mein Blick manchmal nach unten. Bitte unterscheiden Sie erstmal drei Varianten von Kurzarbeitergeld. Es gibt das Struktur-Kurzarbeitergeld, es gibt das Transfer-Kurzarbeitergeld und es gibt das Saison-Kurzarbeitergeld. Das Saison-Kurzarbeitergeld werde ich jetzt aus naheliegenden Gründen hier, wo es um Corona geht, nicht weiter vertiefen. Spannend sind aber die Punkte Struktur-Kurzarbeitergeld und Transfer-Kurzarbeitergeld. Wo ist der Unterschied? Transfer-Kurzarbeitergeld kriegt man in solchen Situationen als Unternehmen, wo man es hoffentlich nicht, aber es kann eben dazu kommen, infolge von Corona in die Situation gerät, dass man Betriebe oder gar das Unternehmen schließen muss. Zum Struktur-Kurzarbeitergeld. Vier Voraussetzungen müssen im Wesentlichen erfüllt sein. Erstens, es muss ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegen. Zweitens müssen die sogenannten betrieblichen Voraussetzungen vorliegen. Was das ist, erkläre ich näher. Drittens, die persönlichen Voraussetzungen. Auch das werde ich gleich näher erklären. Und viertens müssen vorliegen, nämlich die Anzeige des Arbeitgebers bei der Agentur für Arbeit und bitte vor Einführung der Kurzarbeit. Das schon vorab. Jetzt zu der Frage, was sind die betrieblichen Voraussetzungen? Die betrieblichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn der Betrieb mindestens einen Arbeitnehmer beschäftigt. Das wird vermutlich bei Ihnen der Fall sein. Die Frage persönlicher Voraussetzungen, die ist schon anspruchsvoller. Hier müssen Sie bitte beachten, dass wir einen Arbeitnehmer haben, der nach Beginn des Arbeitsausfalls seine versicherungspflichtige Beschäftigung fortsetzt. Punkt 1. Punkt 2. Das Arbeitsverhältnis darf nicht beendet werden infolge von Kündigung oder eben Auflösungsvertrag. Und Punkt 3. Der Arbeitnehmer muss von dem Bezug von Kurzarbeitergeld auch nicht ausgeschlossen sein. Damit zum Transfer Kurzarbeitergeld. Hier brauchen Sie auch wieder vier Voraussetzungen. Zum Ersten wieder die betrieblichen Voraussetzungen, wie ich sie gerade geschildert habe. Dann die persönlichen Voraussetzungen. Genau das Gleiche, wie ich es eben geschildert habe. Was dazu kommt, muss aber sein, dass ein dauerhafter, unvermeidbarer Arbeitsausfall stattfindet, der auch zugleich zu Ihrem Entgeltausfall führt. Das ist die dritte Voraussetzung. Und die vierte Voraussetzung ist natürlich dann, dass der Arbeitgeber entsprechend bei der Agentur für Arbeit rechtzeitig vorstellig geworden ist.